Ich lese eine Geschichte aus dem Buch Inspirierende Geschichten von Swami Shivananda. Der junge Mann und der Pandit Eines Abends spazierte ein junger Mann in Begleitung einer Frau am Fluss entlang. Dabei hatte er eine Flasche in der Hand. Manchmal trug er die Frau auch auf seinem Rücken. Nachdem sie ein Stück gegangen waren, setzte sich die Frau auf den Boden. Der junge Mann setzte sich neben sie und wusch ihre Beine. Er trank aus der Flasche. Der Brahmanen-Pandit, der ebenfalls am Flussufer entlang spazieren ging, beobachtete den jungen Mann genau. Er eilte ins Dorf und sagte zu dem Dorfältesten, ein junger, unmoralischer Mann trinkt öffentlich Wein. Er ist auch in Begleitung einer jungen Frau. Er begeht öffentlich unsittliche Handlungen. Und sie ist für alle ein schlechtes Beispiel. Er sollte sofort von hier vertrieben werden. Der Dorfälteste nahm ein paar Leute und ging, um das Paar zu vertreiben. Da es stark regnete und auch hagelte, warteten sie in einem Schuppen und beobachteten den jungen Mann. Der junge Mann trank wieder aus der Flasche und seifte die Beine der Frau ein. Auch der Dorfälteste dachte, dass der junge Mann ein sittenloses, dem Alkohol verfallenes Wrack sei. Plötzlich kenterte durch den schweren Sturm ein Boot im Fluss. Die Passagiere drohten zu ertrinken. Ohne zu zögern sprang der junge Mann in den Fluss und rettete sie alle, indem er jeden Einzelnen ans Ufer brachte. Der Dorfälteste und der Pandit blieben in der Hütte. Sie lachten und scherzten die ganze Zeit miteinander. Dann hörte der Regen auf. Der Dorfälteste ging zu dem jungen Mann und fragte ihn, Wieso trinkst du Alkohol und begehrst unsittliche Handlungen in der Öffentlichkeit? Wer ist diese Frau? Der junge Mann antwortete, Ich bin heute schon 30 Meilen gegangen. Ich muss noch 10 weitere Meilen gehen, bis ich mein Dorf erreiche. Ich war sehr müde und durstig. Es ist heute sehr heiß. In der Flasche ist reines, ganges Wasser. Diese Frau ist meine Mutter. Sie leidet an einer Herzkrankheit und hat akutes Rheuma. Sie kann nicht gut gehen. Daher trage ich sie immer wieder auf meinem Rücken und seife ihre Beine ein, da sie unerträgliche Schmerzen hat. Der Brahmanen-Pandit senkte beschämt den Kopf und der Dorfälteste war sprachlos. Er dachte bei sich. Ich habe mir übereilt eine Meinung von diesem edlen jungen Mann gebildet. Ich habe meinen Verstand nicht benutzt. Welch großen Fehler ich doch begangen habe. Schau doch dieses sympathische Herz. Wie mutig er ist. Er sprang sofort in den Fluss und rettete die Passagiere und wir haben nur geredet und gescherzt. Wie höflich er spricht. Diese Frau leidet große Qualen. Er tadelte den Brahmanen-Pandit nachdrücklich und ließ sofort einen Ochsenkarren kommen, um Mutter und Sohn in ihr Dorf zu bringen. Er gab ihnen zur Stärkung etwas zu essen. Was lehrt uns diese Geschichte? Du sollst immer gut überlegen, ehe du dir eine Meinung bildest. Dem Schein kann man nicht immer trauen. Du solltest eine scharfe Wahrnehmungsfähigkeit, eine gute Urteilskraft und gesunden Menschenverstand haben. Ich setze mal jetzt Wahrheitsliebe noch dazu. Und du solltest über alle richtigen Angaben und Einzelheiten verfügen, ehe du in einer Sache handelst. Lass dich nicht von falschen Berichten und wilden Gerüchten der Böswilligen mitreißen. Und da komme ich wieder zurück auf Sarasvati. Im Rahmen von Navaratri beginnt heute die Verehrung von Sarasvati, dann noch zwei weitere Tage. Und Sarasvati ist ja auch die Göttin der Wissenschaft und der Künste und auch der Weisheit. Der Weisheit und der Kreativität. Und sie ist aber auch die Göttin des Klanges und der Sprache. Und was will uns diese Geschichte lehren? Die Sprache wurde uns von Gott gegeben, von der göttlichen Mutter, damit wir die Wahrheit sprechen, damit wir gut miteinander kommunizieren und in dem anderen versuchen, das Gute zu sehen und uns mit ihm zu verbinden und nicht voreilig dann auch Schlüsse ziehen. Wie oft passiert uns dies auch im Alltag, dass wir irgendwo etwas aufschnappen und dann das getreu weitergeben oder ohne vorerst zu überprüfen, ist da wirklich auch etwas dran. Worte haben so eine Macht, die Sprache hat so eine Macht. Und in dieser Zeit, jetzt in dieser heiligen Navaratri-Zeit, können wir Sarasvati, die Göttin der Sprache, des Ausdrucks, der Kreativität anrufen und sie auch um Unterstützung und Kraft bitten, dass wir da einfach auch gestärkt werden, in der Wahrheit zu sein, gute Worte zu sprechen und immer wieder auch erstmal zu prüfen, bevor wir uns irgendein Urteil bilden und dadurch Menschen vielleicht auch in eine schwere Situation bringen und uns selbst natürlich dann auch eigenes Karma aufladen, was dann immer wieder auch auf uns selbst zurückkommt. Das ist also ein sehr schönes Beispiel, wie wir handeln und auch mit uns selbst umgehen sollten und nicht so wie in dieser Geschichte, wie es ihm der Brahmanen-Pandit gemacht hat. Möge also Sarasvati uns stärken für Wahrheit, für Wahrheitsliebe, für gute Kommunikation, für Weisheit und Unterscheidungskraft. Om Shanti ... Vielen Dank.